Jetzt ist die Frage, können wir diesen Pokal auch gewinnen? Su Su, das habe ich noch nie gelesen, Blasch, also, habe ich echt noch nie gesehen. Spielniveau, fortgeschrittener Gegner, schwächer. Das wollte ich mir eigentlich ersporen. Ich glaube nämlich, dass jetzt zumindest hier genug getaunt ist. Diese Bälle werde ich mir alle noch aufsporen. Oder machen wir welche auf, machen wir welche auf. Probieren wir aber nicht die Krocher, sondern was haben wir da? Den Partneragenten, das kann, meines Wissens noch, ein Spieler von Dortmund sein, ein Spieler von Barcelona, Arsenal. Die Musik, es muss was Gutes werden, es muss was Gutes werden. A Goalie. Roman Weidenfeller, ja wunderbar. Auf, Emre Puldrichauer. Wie schön ist das denn, ne? Okay, Roman, das war nicht so cool. Hauen wir noch. Sicherer Goldspieler. FC Barcelona Agenten, ja. Das wäre natürlich ein Traum, da ein schwarzes Bällchen kommt. Ist es ein Bug, ist es ein Bug, ist es ein Bug? Willkommen im Team, willkommen im Team. Das geht, Ivane. Freut mich, kommen Sie. Hast du den Bug gesehen? Das wollte mir einen schwarzen Ball geben, das Spiel. Und das ganze Silberne Reihen durchsucht, bis es auf den schwarzen Ball gekommen ist. Ivan Rakitic. Die erste große Neuverpflichtung bei den Couch Athleticos. Dann haben wir noch Champions League Stars.